Komm her! Ah! Ah! Nein, 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 nein! Nicht zum Bügeleisen! Nicht zum Bügeleisen! Wo, 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 wo! Oh je, man! Überflutung in unserem Büro! Sehr guter Morgen, Alter! Ich bin richtig, los ist ein bisschen zu los. Gut, ich habe hier auch den Eindruck vermach'n. Ja, wenn ich mir mal ins Bügeleisen mache. Ich muss ein Auge davon. Dirt on my easy man! endlich da ist er jungs ich fahr kein auto mehr ich fliege mit der gang links zum zum ort des geschehen es gibt eine schlechte nachricht und eine gute nachricht die gute nachricht ihr werdet mein schiefen gebiss heute abend nicht sehen schlechte nachricht ihr werdet mein schiefen gebiss heute abend nicht sehen das heißt ich kann heute nicht live kommen ins stream weil ich natürlicherweise 24 stunden in dieser drecksbude verbringen muss und vielleicht abracken werde für 13 euro also vorne mehr war mein leben nicht wert bis gleich